Willkommen zur nächsten Folge des Kurses Musikdidaktische Konzeptionen. In diesem Modul beschäftigen wir uns mit der didaktischen Interpretation von Karl Heinrich Ehrenfort und Christoph Richter. Zeitlich gesehen beginnen die Überlegungen der Autoren nur wenige Jahre nach als Orientierung am Kunstwerk, womit wir uns ja im letzten Modul beschäftigt haben. Zunächst werden wir uns im ersten Video mit dem Band Verstehen und Auslegen von Ehrenfort aus dem Jahr 1971 beschäftigen. Hier stellt er zunächst philosophische und historische Bezüge zur Hermeneutik her und argumentiert dann aus seiner Sicht notwendige Konsequenzen für die Begegnung mit Musik im Unterricht. Was genau sich hinter dem Begriff Hermeneutik alles verbirgt, darauf werden wir noch detailliert eingehen. Im zweiten Video wird es dann um Christoph Richter gehen, der den Begriff didaktische Interpretation in verschiedenen Publikationen genauer ausführte. Wir werden auch einen Blick auf die von Richter so bezeichneten Unterrichtsmodelle werfen, in denen er versucht hat, die theoretischen Überlegungen für die Praxis im Musikunterricht anschlussfähig zu machen.